Der Blinker im August Die Titelthemen Martin Werle verrät seine 8 Tricks, mit denen er Sommerale fängt. Begleitet den Engländer Alan Blair bei einer Flusspirsch auf Döbel. In einem neuen Bericht von Marco Mariani erfahrt ihr alles darüber, wie man mit Hanf bei Niedrigwasser im Sommer erfolgreich sein kann. Und auch im August ist wieder eine DVD dabei, mit 7 tollen Themen. Im Tagsüber auf Aal zeigt uns Thomas Bruss von der Angelwoche, wie er die Aale sogar am Tage überlistet. Rapfen, der Getee des Nordens, ist ein Beitrag von Arne Seiberlich, in dem es vom Ufer und vom Boot aus auf die schnellen Räuber geht. Heavy Dropshot ist die Angelmethode auf Zander. Zumindest von Fox Rage Teamangler Udo Krasnacki, der uns hier seine Art des Dropshot Fischens vorstellt. Ein ganz puristischer Beitrag kommt von André Pawlitzki, wenn er mit der Madenschürze und der Centerpinrolle bewaffnet auf Friedfische geht. Der komplette Zusammenschnitt der Fishing Master Show 2015 ist ebenfalls mit im August dabei. Feinstes Finessefischen mit Skirted Jigs direkt unter Booten und Steganlagen. Vorgestellt in einem Beitrag von Stefan Tiedemann. Eine ganz neue Sendereihe von Jörg Owens spricht gerade die Angeleinsteiger an. In Der Weg zum Fisch werden alle wichtigen Details zum Angeln erklärt. Direkt vom Profi auf ihren Bildschirmen. Eine wertvolle Sendereihe, in der auch ein erfahrener Angler noch was mitnehmen kann. Und auch im August sind wieder viele weitere Themen. Darum lasst euch den Blinker im August nicht entgehen. Ab dem 15. Juli im Handel erhältlich. Gut, besser, Blinker.